Hallo. Kaum fällt Mama ein paar Tage aus, schon kommen keine Gäste mehr. Ich hatte mich so aufs Arbeiten gefreut. Nein, Frau Seifeld hat eingewilligt, uns die Bar für eine halbe Stunde zu überlassen. Das bedeutet... Wir sind ungestört. Setz dich doch einfach. Ach, dir ist das alles furchtbar unangenehm, stimmt's? Du fühlst dich von mir belästigt. Nein, gar nicht. Ich, ähm, mir ist mittlerweile klar geworden, dass ich mir das alles nur zusammenfantasiere. Aber mein Herz weigert sich standhaft, das zu begreifen. Setz dich doch bitte einfach und vertraut mir. Malina, da ist was zwischen uns. Ich weiß das. Bitte lauf nicht weg. Lass uns drüber reden. Später. In Ordnung? Ich möchte jetzt erst noch was vorspielen, ja? Alles so gut. Ich habe niehofer. Ich bin froh mit Liebe. Ich bin froh mit Liebe. Ich Brazilian. So immer wieder. Wenn ich nicht wüsste, dass sie mich zu jung fänden, dann würde ich denken, sie würden. Du, du hast für mich gesungen. An diesem Abend, in diesem Kleid. Und danach haben wir uns das erste Mal geküsst, du und ich. Und nicht Marlene. Jetzt ist alles wieder da. Ja, bitte. Verzeih mir. Es tut mir so unendlich leid. Unendlich? 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 Untertitelung des ZDF, 2020